Heute mal ganz schnell im Vergleich zwei Reiskocher. Einmal der Reishunger Reiskocher mit Warmhalterfunktion von Reishunger.de und einmal der Russell Hobbs Cook-at-Home-Reiskocher mit Warmhalterfunktion gefunden auf Amazon. Gleich mal zum Unterschied im Preis. Der Reishunger Reiskocher kostet auf Reishunger.de genau 34,99€ zur Zeit. Wird kostenlos geliefert. Russell Hobbs 26,99€. Kostenlose Lieferung natürlich mit Prime. 700 Watt Leistung. 1,8 Liter Fassungsvermögen gibt es beim Russell Hobbs. Reishunger Reiskocher ein bisschen weniger. 500 Watt Leistung. 1,2 Liter Fassungsvermögen. Aber wenn man nicht mehr als sechs Personen mit Reis beliefern muss, dann ist das glaube ich auch gar kein Problem. Jetzt kommen wir nämlich dazu, was die Unterschiede so groß sind. 500 Watt sind natürlich 200 Watt weniger als beim Russell Hobbs. Allerdings habe ich auch das Gefühl, beim Reishunger Reiskocher geht weniger Energie verloren. Dadurch, dass der Deckel geschlossen ist, ein richtiges Ventil hat, nicht wie beim Russell Hobbs einfach aufgesetzt, mit nur einem Loch drin, was so ein bisschen von Silikon umgeben ist, glaube ich. Und dadurch verliert man einfach weniger Dampf, weniger Energie. Der Reis wird ein bisschen besser durchgegart, quillt ein bisschen besser auf. Beim Russell Hobbs kommt viel, viel Wärme von unten. Dadurch kommt es halt zu einer Krustenbildung, auch durch die glatte Fläche ist sie dann komplett einmal durchgezogen. Reishunger Reiskocher hat so eine andere, bisschen anders strukturierte Fläche vom Topf unten. Dadurch kommt es einfach dazu, dass der Reis nicht ganz so krustig wird. Ein bisschen besser, mehr Reis zu verwenden dadurch, auch wenn man Sushi macht. Und jetzt noch ein anderer Unterschied. Reishunger Reiskocher, da lässt sich der Innentopf rausnehmen und, genau wie beim anderen auch, aber hier auch nachkaufen. Das heißt, wenn der mal irgendwie beschädigt wurde, dann kann man den für 6,79 nachkaufen. Dann hat man wieder einen Innentopf, der perfekt funktioniert. Dann noch zwei Sachen, die gleich sind. Dampfgareinsatz, Löffel und Reisbecher zum Abmessen. Alles dabei. Da unterscheiden die sich kaum. Kann man genauso gut einsetzen. Aber insgesamt kann ich, glaube ich, sagen, dass der Reishunger Reiskocher hier ein bisschen besser da wegkommt. Auch wenn der 8 Euro mehr kostet, das ist eine Investition, die man wirklich machen sollte. Der Reiskocher von Reishunger ist hier eindeutig mein Favorit. Das ist eine Investition.